Leute ich habe mir gedacht ich mache auch mal wieder ein neues video ich habe euch jetzt mal hier in dem video ein paar timelapse zusammengeschnitten wo wir den kicker gebaut haben was vielleicht einige von euch auf instagram schon gesehen haben und danach noch ein bisschen timelapse generell vom spot und wenn ihr da noch gehabt so weiter zu gucken ist dann noch ein bisschen writing hinterher klein edit vielleicht wird jetzt öfter mal sowas kommen mit wo ich ein bisschen laber einfach vorher schreibt mal in die kommentare ob ihr bock darauf habt oder heute nicht und ja dann jetzt let's go auf unbecover modus oder könnte ein sniper sein digga wo der jeden headshot geben kann digga kommt jetzt geistig gestört rtl digga link in der infobox rtl ehrenmann so Bis zum nächsten Mal. 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 Ich könnte noch hier eine zweite Line runter bauen und einen Sprung hier hinsetzen, der wirklich so steht. Ein kleineren, der dann halt hier steht, um für die 60 zu machen oder so. Bis zum nächsten Mal.